Willkommen zurück zu Sumerians und unserer wunderschönen Kleinstadt der Sumera. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben tatsächlich einige Aufgaben zu lösen. Wir gucken uns mal die Statistiken an und wir sehen, sie fordern relativ viel. Die Mahns sind diese Forderung hier. Ihr seht es hier. Das heißt, die Leute sind unglücklich, weil ihre Familien im Prinzip nicht nachziehen können. Das kann ich schon nachvollziehen. Jobs gibt es auch nicht genug und mit den Abgaben sind sie auch nicht zufrieden. Das können wir uns mal hier angucken. Bei Population und wir sehen hier aktuell sind fast 20 Leute arbeitslos. Das ist natürlich nicht so schön. Deswegen sollten wir hier tatsächlich was machen. Im Small Warehouse können wir erstmal mehr reinpacken. Im Guard Post können wir auch mehr reinpacken. Im Port würde ich es erstmal so belassen. Okay. Das ist zumindest der Punkt. Texas machen wir mal runter, weil die wahrscheinlich einfach gar nicht genug einnehmen für die Texas, die sie bezahlen müssen. Deswegen müssen wir hier ein paar neue Siedlungen anlegen. Und das werden wir mal hier unten machen. Und dazu bauen wir als erstes in die Wand, in diese Wall ein paar Öffnungen rein. Und ich würde sagen, hier in diese Straße eignet sich das ganz gut. Und dann werden wir hier auch gleich einen kleinen Weg, den würde ich schon so machen. Und den werden wir hier mal runterziehen. So. Dass wir auch wissen, dass es hier raus geht. Und dann würde ich tatsächlich hier als die Achse hier noch, genau, hier auch noch was bauen. Einmal dorthin. Und dort werden wir auch einen kleinen Weg legen. Als Verlängerung von hier. Einmal nach dort. Und nach dort. Und dann führen wir den auch einmal nach draußen. So. Dann gucken wir mal, was wir noch im Bau haben. Das ist die Brewery. Das ist eigentlich ganz gut. Und ein Blick in die Ressourcen an sich würde ich gerne mal werfen. Denn ich bin mir halt aktuell nicht ganz sicher. Das ist bestimmt so nicht gewollt. Das ist mit Sicherheit ein Bug im Safe Game. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Das kann ich mir noch vorstellen. Okay, ihr Lieben, ihr seht, hier haben wir einen Bug im Safe Game. Vielleicht erüblicht sich das, wenn wir ein bisschen weiterspielen. Ja, genau. Jetzt ist es weg. Perfekt. Sehr schön. Dann sehen wir jetzt hier einmal die Weizenproduktion. Die liegt aktuell im Jahr bei Monat im Jahr bei 1.400. Und wir verbrauchen aber auch schon 1.400. Das heißt, das sieht momentan vom Vergleich her Input und Out nicht ganz so gut aus, wie ich finde. Flachs kriegen wir relativ viel rein. Geht aber nichts raus. Könnten wir zum Beispiel verkaufen. Das gleiche mit Clay und Pottery Sachen. Also Clay ist, glaube ich, na, wie heißt das? Ton und entsprechend dann die Tontöpfer waren. Bier haben wir zum Beispiel noch gar nicht. Aber wir könnten zum Beispiel auch genug Schlamm verkaufen. Das könnte man mal alles hier einstellen. Wir müssen also definitiv mehr handeln. Pottery werden wir also mal 200 verkaufen. Dann werden wir Bricks. Das könnte man eventuell noch gebrauchen. Und von dem anderen Kram können wir tatsächlich gar nichts verkaufen. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir verkaufen auch noch mal 100 Bricks. So. Ja. Genau. Dann kriegen wir hier wieder ein bisschen Getreide rein. Dann sollte das wieder passen. So. Und wir müssen auf jeden Fall noch mehr Getreidefelder anlegen. Und das sollten wir jetzt auch mal machen. Also einmal würde ich nämlich gerne hier weitere Felder für unsere Häuslebauer anlegen. So. Einmal. Ich weiß gar nicht, ob das so jetzt hier funktioniert. Durch die Straße wahrscheinlich nicht. Dann machen wir dort noch welche. Hier ist der Industriebezirk. Das kann ich hier enden. Dann können wir hier noch Waren. Produktion. Das möchte ich tatsächlich hier auch nicht machen. Aber dann werden wir hier noch weitere. Das war einer zu weit. Das gefällt mir jetzt nicht. Noch weitere Verkaufsstände machen. Das denke ich, werden wir hier in Zukunft mit Sicherheit auch gebrauchen. So. Und dann kommt hier noch eine Straße hin. Genau. Und da machen wir auch eine Straße hin. So. Sehr schön. Und auch hier vorne kommt dann eine etwas breitere Straße. So. Sehr gut. Hier hinten kommen dann nochmal zwei Felder hin. Das müsste passen. Sehr gut. Dann haben wir zumindest hier vorne ein bisschen was gemacht. Und dann werden wir uns hier eine neue kleine Siedlung überlegen. Das können wir aber dann hier schon mal langsam weiterlaufen lassen. Und die können das hier ruhig bauen. So. Hier Farming ist hier hinten auch noch groß. Dann werden wir auch hier erst mal die Straßen bauen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier hinten ein Tor. Die gehen aktuell. Ist das hier, ne? Genau. Dann bauen wir dort ein Tor. Und wir werden hier eine kleine Straße rauslegen. Rauslegen. Hier lang. Sehr schön. So. Ob das jetzt wirklich einen Effekt hat, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, es sieht schon etwas besser aus, wenn wir hier so ein paar Straßen liegen haben. Und dann werden wir hier oben noch weitere Farmgebäude bauen. Beziehungsweise weitere Farmen anlegen. Ja, genau. Einmal dort. Ja, so. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein paar kleine so, dahin noch ein. Da passt leider keiner mehr. Und dann machen wir dort auch noch eine Reihe. Die passt nicht. Dann die Reihe noch nach dort. Sehr schön. Dann einmal gucken. Barley. Das passt alles. Und dann würde ich hier tatsächlich jetzt auch direkt mal hier hinten so ein paar Wege draufsetzen. Ich muss sagen, das finde ich ganz schick, wenn wir hier diese Wege dazwischen haben. dass die Leute dann auch da wirklich lang gehen können. So. Dann machen wir hier auch noch ein paar Wege hin. So. Sehr gut. Ihr seht hier übrigens, wir kommen jetzt langsam tatsächlich in Probleme. Die werden jetzt auch langsam anfangen mit dem Ernten. Das ist gut. Und sobald das Schiff kommt, haben wir hier wieder tausend. Und dann sollten wir mit den tausend tatsächlich uns weitere Esel kaufen. Ich denke, das passt auch soweit. So. Und dann gucken wir erst mal, wie diese Optimierung hier jetzt zumindest so ein bisschen eingeschlagen haben. Na, guck an. Sehr gut. Das heißt, Housing brauchen sie im Moment nicht. Farming sieht auch gut aus. Citizen Workshops auch. Jobs sehen auch gut aus. Security auch. Perfekt. Das heißt, das gefällt den Leuten jetzt. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Jetzt haben wir hier hinten noch Gebiet übrig. Und da können wir uns mal langfristig überlegen, was wir hier machen. Da bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, ob es hier noch Gebäude gibt, die wir hier eventuell gebrauchen könnten. Wir werden aber jetzt erst mal weitergehen. Wenn der hier fertig ist und wir unser Bier brauen, dann würde ich tatsächlich gerne Okay, hier geht es tatsächlich nicht. Mal ausprobieren. Das habe ich in meinem Angespielt, in meinem Tutorial noch nicht gemacht. Was es bringt, wenn wir tatsächlich hier diese Sachen mit Bier versorgen. Das sollte ja plus zumindest laut dieser Anzeige Increased Productivity, Reduced Damage und Spoiled Level. Es sollte also die Produktivität erhöhen und das Schadenslevel reduzieren. Wie das mit diesem Schaden ist, konnte ich bisher noch nicht rausfinden. Ich vermute, das läuft ähnlich wie in anderen Spielen, zum Beispiel Medieval Dynasty. Wenn das Gebäude beschädigt ist, dann wird hier entsprechend Ressourcen hier verbraucht werden, um die Sachen zu reparieren. So. Hier haben wir übrigens No Irrigation. Ich habe das mal gerade nachgeguckt. Das ist die Bewässerung, die hier fehlt. Das wundert mich tatsächlich. Das könnten wir möglicherweise machen, indem wir jetzt mal dieses Feature mit den Kanälen ausprobieren. Das würde ich nämlich tatsächlich gerne mal machen. Und... Entschuldigt bitte. Ein zweites Dorfplan. Ich sage mal, das sieht ja hier ganz gut aus. Wir können jetzt das weiter laufen lassen. Wir sehen die Weizenernte oder die Ernte kommt jetzt hier rein. Die Tore sind hier fertig. Wir sehen, die Sachen hier funktionieren. Wir sehen hier unten, die Brauerei fängt jetzt an, das erste Bier zu brauen. Dazu brauchen sie natürlich auch das entsprechende Weizen. Das ist natürlich auf der einen Seite doof, aber wir haben ja schon mehrere Felder hier angelegt. Was wir tatsächlich hier oben wirklich nochmal machen könnten. Wir könnten wirklich gucken beim Farming. Das geht ja bis hier vorne, dass wir jetzt wirklich diesen Bereich ausreizen hier unten. Und... Das müsste bis dort ungefähr gehen. Ja. Das wir dann hier wirklich alles, was wir an Farming haben, ausnutzen. Und dann werden wir hier hinten auch nochmal ein kleines Farm-Gebäude bauen. Ich sage mal, dieses Werte, das sieht für mich so aus, als wenn die erstmal nicht benötigt werden, dann werden wir das hier auch nochmal mit einer Farm zuflastern. Da hinten steht ein Brunnen. So. Entschuldigt bitte, ich habe echt einen Frosch im Malz gerade. Und dann machen wir hier noch ein paar Straßen hin. Und dann werden wir auch hier das Ganze noch ein bisschen verschönern. Dass wir den hier wirklich jetzt diesen Weg haben. hier hinten auch nochmal. So. Sehr gut. Dann sieht das doch etwas besser aus. So. Und dann können wir uns überlegen, ob wir hier eventuell irgendwann Flux anbauen. Das können wir aber dann machen, wenn wir die nächsten Produktionsstätten am Laufen haben. Und die nächsten Produktionsstätten würde ich tatsächlich jetzt gerne planen. unter anderem, weil wir auch Jobs wieder haben. Dazu gehen wir jetzt mal wieder in den Pausenmodus rein. Und die, ich sage mal, die Stadt sieht ja schon ganz gut aus. Die läuft soweit. Wir produzieren jetzt hier hoffentlich demnächst unser eigenes Bier. Potteries müssten wir haben. Haben wir. Wir haben hier entsprechend jetzt Getreide drin. Das passt eigentlich auch. Das sollte also bald anlaufen. Und dann können unsere Leute hier munter vor sich hin trinken. Wir gucken einmal hier in diesen Speicher rein. Und guckt euch das mal an. Sieht das nicht cool aus? Wie diese ganzen Esel hier lang lang reiten. Und wir haben hier auch genug Kapazität. Und hier sieht man übrigens tatsächlich, dass das schon ein bisschen durch Abnutzung beschädigt ist. Also auch Abnutzung wird hier simuliert. So. Hier kommt hoffentlich bald das nächste Schiff. Ja. Sehr schön. Da kommt es. Und wenn das Schiff dann bei uns ist, können wir uns unsere weiteren fünf Esel leisten. Sehr gut. Was ich hier unten machen möchte, war mein Plan, dass wir hier einen Kanal lang ziehen. Hier lang. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich klappt. Einmal hier durch. Und dann werden wir an diesem Kanal mittig kleine Vierersiedlungen machen. So im Anno-Stil. Dass wir dann im Prinzip hier in die Mitte nicht diese diese Workshops machen. Das sind ja im Prinzip ja für mich so ein bisschen die 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 Arbeiter, die da arbeiten. Und zu damaliger Zeit war es ja so, dass irgendwo Werkzeug gemacht werden musste. Es musste irgendwo ja, also irgendwelche Dinge für den täglichen Gebrauch gebaut werden. und diese Sachen wurden damals bei den Sumerern in diesen Workshop-Häusern gemacht. Also das war im Prinzip so eine Art Handwerkshäuschen. Die werden wir in einem Industriegebiet lassen. Das möchte ich schon so ein bisschen trennen, weil ich glaube auch damals haben die schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man eher so vielleicht mit den Leuten arbeitet und dann ein bisschen ein kleines bisschen zur Arbeit geht und dann in einem anderen Bereich lebt. Deswegen würde ich gerne so Vierergruppen hier hinbauen und in die Mitte an dem Kanal hier hin und dorthin im Prinzip dann einmal die Marktstelle machen, dass wir einen schönen zentralen Markt in der Mitte haben und von dort aus machen wir Vierergruppen mit Häusern und an die Vierergruppen kommen jeweils Zweierports mit diesen Sachen ran und das würde ich gerne hier hinbauen und dann können wir bei Zeiten einfach hier diese Welle erweitern so haben wir hier aber schon mal einen gesicherten Bereich ich denke das passt und dann gucken wir uns mal das nächste Feature an nämlich den Kanal so das werden wir jetzt mal bauen aber dazu brauchen wir Builders die kommen bis hier hin das heißt wir sollten tatsächlich das ist natürlich schwierig also matt haben wir hier genug wir haben hier auch genug Steine was kostet der denn nichts nur Builders also wir sollten tatsächlich es ist die Frage wo wir das hinbauen ich meine die Reichweite ist ja bis hier vorne ungefähr können wir die Reichweite bei diesem Gebäude sehen das wäre natürlich ganz praktisch dann gehen wir mal hier rein ja das wäre das ist gut das heißt wir können das ungefähr hier hinsetzen hat das irgendwelche Auswirkungen gibt es dafür Land Value sieht hier höher aus das ist gut ich sehe jetzt aber nicht dass es wirklich irgendwo sinkt Authory ist hier auch gut Texas so ein bisschen zumindest Beautification ist hier gut da sollten wir mal gucken dass wir denn hier drin auch irgendwann mal einen großen Tempel bauen Security ist hier vorne gut das passt Crime haben wir gar nicht mehr Bewässerung beziehungsweise ja das sieht ganz gut aus Water Access auch das einzige wo man das ein bisschen rauslesen kann ist vielleicht Land Value und Authory da bin ich mir aber wirklich nicht ganz sicher ich bin mir halt ich bin aber überlegen ob es damals schon so Konzepte gab wie Unglücklichkeit wenn diese Gebäude zu nah dran stehen ich könnte mir das gut vorstellen aber wir müssen einfach jetzt diesen einen Bilder Storage hier in die Mitte platzieren dann versuchen wir das mal hier hin zu setzen so weit so weit wie es geht raus gucken wir mal ob hier der Bereich hier unten mit drin wäre durch den ja wäre also wenn wir das so hier hinstellen sollte das also klappen ja sehr schön dann können wir hier in die Richtung können wir hier in die Richtung weitere Sachen platzieren so das Warenhaus jetzt bin ich mir nicht sicher ob der hier er müsste eigentlich hier noch an den Schlamm und die Bricks rankommen wir gucken mal ob das klappt da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher auf jeden Fall das muss ja auch gebaut werden und dazu werden wir jetzt erstmal unseren Kanal errichten so das ist natürlich schwierig dann fangen wir mit unserem Kanal hier unten an und gehen da hoch und dann bauen wir hier vorne unsere erste Siedlung also da unten fangen wir an ja das sieht ganz gut aus dann gehen wir da gerade hoch so so und so und das lassen wir erstmal und das lassen wir erstmal bauen und dann können wir hier mittig oder ich würde sagen wir machen das dort und dort zwei Brücken bauen und dann machen wir hier jeweils so einen kleinen Marktplatz wo die Leute dann von beiden Seiten über die Brücken rüber gehen können hier gibt es dann noch das Bilderhaus mit den mit den Leuten die dann weitere Gebäude errichten und dann werden wir hier drum entsprechend die Häuser platzieren mit den mit den ganzen Produktion und das Citizen Farming so was mir tatsächlich bei den Statistiken noch fehlt während die das hier unten jetzt bauen können wir da nochmal reinschauen oder ich habe das nur noch nicht gesehen Damage Spoilt ja das ist im Prinzip das was die verbrauchen weil etwas beschädigt wird in dem Fall Weizen Produce 6700 was mir hier in dieser Auflistung jetzt fehlt ist im Prinzip Total Wealth was mir in dieser Auflistung einfach fehlt ist im Prinzip wie viel privat produziert wurde und wie viel von uns wir könnten damit den Textes drauf schließen aber auch nicht so wirklich das ist momentan das was mir tatsächlich noch ein bisschen fehlt wie viel produzieren die und wie viel brauchen die und wenn ich den hier mehr von den Feldern hinsetze würden die dann also hätten die dann vielleicht weniger weniger consumed hier oder das ist nur Sache die mir tatsächlich noch ein bisschen fehlt in diesem Spiel wir können zwar hier sehen Population okay die sind jetzt bei 700 wir hätten hier private workers 300 für den Start arbeiten jetzt 160 wir sehen das hier unten auch state workers sind jetzt hier 20 beim farming und so weiter und so fort das das tatsächlich eine Sache die mir noch fehlt oder ist das hier tatsächlich wenn wir in dieses Produkt gehen die 2600 alles das was wir produzieren oder nur das was von den State Workern produziert wird und wie viel produzieren die anderen und wie viel brauchen die das ist eine Sache das würde ich gerne noch ein bisschen feiner abstimmen können aber da fehlen mir noch ein paar Informationen das ist noch ein bisschen schade aber gut das Spiel ist jetzt in der Early Access Version 1 0 1 entschuldigt bitte und ich denke da wird noch ein bisschen was kommen gerade so das würde mich wirklich interessieren was hier produziert wird im Vergleich wenn ich mir das angucke so vom reinen Verhältnis her wird ja schon eine gute und ordentliche Menge produziert von diesen Waren ja also das kann abstimmen ob diese Häuser hier hiermit zufrieden sind ob wir hier noch ein paar mehr hinstellen sollen ob es dann irgendwo besser wird das könnte ich mir ganz gut vorstellen dass das damit ein bisschen besser abstimmbar ist aber wir gucken mal wie unser Kanal hier aussieht also es sieht so aus als wenn die tatsächlich hier zum Kanal buddeln guckt mal die ersten Brücken sind schon fertig das ist ja cool und dann würde ich sagen gucken wir den Leuten doch tatsächlich mal beim Arbeiten zu das machen die schon echt ganz gut muss ich sagen also das ist so liebevoll gestaltet dieses Spiel und wirklich auch das was ich gerade erzählt habe dass man das nicht so fein granular sehen kann mit dem State Production und dem den privaten Produktionsketten das ist wirklich jammern auf hohem Niveau denn dieses Spiel ist für Early Access wirklich in einem sehr guten Zustand das was drinne ist funktioniert echt gut und die Sachen die nicht drinne sind funktionieren logischerweise auch nicht weil sie nicht drin sind aber die Sachen die drinne sind funktionieren echt gut und das habe ich selten bei einem Early Access Game dass ich auch jetzt bei dieser Preview Version die ich spiele bis auf diese Kleinigkeit eben gerade auch fast keine nennenswerten Fehler sehe hier mit diesen Produktionsketten dass hier was nicht gebaut wird sowas vielleicht auch noch aber ansonsten ist das schon in einem echt guten Zustand und ich würde tatsächlich gerne noch oh das war schon fertig gebaut sehr schön bitte einmal im Inventory Mud & Bricks speichern so jetzt während die das bauen gucken wir nochmal wie es mit unserer Bier ja wir haben 314 Bier ja sehr gut dann können wir tatsächlich mal gucken hier wird jetzt gerade das Grain verkauft ob wir noch schnell hier 200 Bier mit drauf schieben können das würde mich tatsächlich freuen Continuant Cancel nein ich würde das erstmal gerne einfach verkaufen bin gespannt was da raus kommt jetzt fahren die wieder weg okay ja ist ein bisschen schade wir haben noch 1400 dann können wir eigentlich bei dem was wir hier an Getreide jetzt angebaut haben gleich mal unsere unsere Esel unsere Esel aufstocken und hier geht es auch munter weiter ich würde sagen ich beschleunige das mal das würde ich mich gerne in dieser Folge noch sehen wie die dort unten fertig werden und dann können wir in der nächsten Folge nämlich unsere neue Stadt anbauen und dann können wir jetzt noch einmal gucken Jobs werden wieder knapp der Rest sieht noch gut aus die wollen auch wieder hier in unserer Stadt leben ich kann das verstehen ja es ist fertig ist das herrlich guckt euch das an und hier ist jetzt tatsächlich das Wasser über diesen Kanal geflossen hier lang mit unseren beiden Brücken und direkt ist dieses Land hier wunderschön bewässert worden hier sind Palmen gewachsen es ist grün geworden und ich bin mir nicht ganz sicher ob das jetzt funktioniert hier noch einen Stichkanal zu machen selbst das funktioniert auch ist das cool dieses Spiel ist wirklich herrlich und wie es hier weitergeht das gucken wir in den nächsten Folge an also wenn es euch gefallen hat denkt dran Daumen nach oben geben und abonnieren nicht